Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Meeting 2 DE Azrael. Ja, ich habe mal wieder was für euch zusammengecuttet und hier am Anfang direkt ein paar Szenen, die ins letzte Video gar nicht reingepasst haben. Und zwar habe ich ein paar Chars hochgelevelt für ein Format mit Maeve zusammen. Ich denke, das werden wir jetzt so die Tage aufnehmen und dann werdet ihr das sehen. Auf den kleinen Farmer habe ich endlich mal die KG abgeholt und durch den Reichwechsel habe ich jetzt natürlich wieder den Ninja mit der Shami verheiratet. Und ja, ich habe noch ein paar andere Szenen, unter anderem haben wir natürlich wieder Alastor gefarmt. Das hat auch ganz gut geklappt, wir haben ein paar Rans gemacht und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar Truhen auf. Let's go! So Leute, wir haben ein bisschen Alastor geballert und wir werden jetzt hier die 56 Truhen aufmachen. Ich habe meine gesammelt, holy moody. Ich hoffe natürlich, vielleicht den ein oder anderen Mondstein oder sowas. Kleine Segnungen nehme ich natürlich auch noch mit. Klinge, das kann Sixer gebrauchen. Waffenstein, nochmal Klinge, kleine Segnungen. Nice, Moment. Ich mache mal hier noch den Chat auf, dann könnt ihr es besser sehen, denke ich. Ähm, ja, nicht wundern, mein Fenster ist wieder offen, so wie in letzter Zeit immer. Ähm, was ist das denn? Das ist Glocke, achso. Handschuhstein, ja sowas brauche ich eigentlich gar nicht. Nochmal kleine Segnungen. Holy moly. Nordwind Waffenstein, okay, nice. Premium Laden, ist wieder einen Tag oder was? Nice, okay. Buch der Präzision, Schwert, Glas des Handels. Für sieben Tage. Aha. Okay, Segi, Steinabbuch, Steinabbuch. Äh, Dolch, Dolch. Nice, nice, nice. Okay, weiße Drachenschuppel. Ah, okay. Brauche ich momentan noch nicht. Stein der Dämonen, den nehme ich auf jeden Fall mit. Die gehen gerade gut weg. Stein der Dämonen, macht Stein plus vier. Ja. Ähm, die sind natürlich dann noch besser. Segen des Drachen, Schlangen, Schwert, Nordwinds Seelenstein. Ähm, Drachenfächer. Ähm, ich mache mal ganz kurz einen Cut. Moment. Wir machen gleich sofort weiter mit dem Opening. Ich wollte jetzt hier ein paar Szenen reinschnibbeln, damit das Opening nicht zu lange am Stück ist. So, ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, ich habe natürlich Giftwolke und so ein bisschen weiter hoch gelesen. Dann habe ich noch versucht, mein Restarmband ein bisschen weiter hoch zu appen. Aber, ich sage mal so, relativ schnell gehen dir dann die Rohmetallplatten aus. Also, da muss ich mal versuchen, ein bisschen nachzufarmen. Was willst du machen? Wir machen weiter mit dem Opening. So, dann machen wir weiter. Ähm, wir haben natürlich noch kleine Segnungen und so weiter. Die nehme ich natürlich gerne mit. Nochmal kleine Segnungen. Nachtjedid. Bogen. Äh, weißer Drachenkopf. Oha. Okay, den habe ich noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Nochmal kleine Segnungen. Ah, ich habe schon wieder den Chat nicht an. So, Nordwind Waffenstein. Kleine Segnungen. Holy Moly. Gegenstand verstärken. Auch nice, natürlich. Und die letzte Truhe. Nordwind Waffenstein nochmal. 30 Nordwind Waffensteine. Ähm, kleine Segnungen. 21. Den Kopf habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, ich glaube, da können wir uns echt nicht beschweren. Vor allen Dingen noch mit Machtstein und so. Das hat sich gelohnt. Ich mache einen kurzen Cut, Leute. Bis gleich. So, Leute. Eben haben wir die Truhen aufgemacht. Und da haben wir 21 kleine Segnungen drauf bekommen. Hier haben wir einen Helm mit komplett nicht so guten, äh, sechster, siebten Boni. Und wir werden versuchen, wenigstens einmal den Boni zu switchen. Wäre nice und nett. Komm, schön, Jung. Einmal. Aha. Okay, Kraft des Eisens. Vier Sekunden. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich will natürlich AW haben. Ähm. Vielleicht bleibt das ja jetzt aber auch drauf. Komm, schön, Jung. Okay. Max TP. Niedrigrang brauche ich nicht. Habe ich jetzt im Band. Ha. Ähm. Ah, direkt nochmal. Blut und Gift. Geil. Komm, schön, Jung. Mal nochmal. Mit AW. Nee, leider nicht. Komm, schon. Na, ja gut. Gift und TP. Ja, gut. Was willst du machen, ne? Also ich denke mal für Free2Play-Signungen war das okay. Ich glaube, viermal jetzt gedreht. Ähm. Vielleicht beim nächsten Mal AW. Wer weiß. Kurzer Cut. Der dritte und letzte nachkommentierte Part. Und ich habe mal wieder eine Szene zugeschickt bekommen. Und zwar von Luke Damus. Grüße gehen raus an dich. Danke, danke für die Szene. Und er hat versucht Krallen herzustellen. Hat er auch ganz gut hinbekommen. Und jetzt seht ihr hier die Boni, die ihr hinbekommen habt. Die erste Waffe fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ist halt so die Frage, will man das haben mit ohne Monster? Mit ohne Monster? Mit ohne Zwiebel. So. Ähm. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. So Leute. Wir werden in diesem Video auch mal ein bisschen was appen. Und zwar. Werden wir versuchen die Schlangenrüstung auf Plus 7 zu appen. Ihr seht jetzt gerade schon zwei magische Steine. Nicht wundern. Das Ding ist halt, dass die Absachen wirklich sehr viel wert sind. Hier ist so eine weiße Perle. Ist ungefähr so 7 bis 8 Bon wert. Die Schlangensteine. Ich glaube die sind auch so der 30er Stack. Irgendwie 2 Bon oder so fast schon. Wenn ich einen da teibe oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wie gesagt. Wirklich sehr sehr viel wert. Und ähm. Es wäre mir momentan wirklich sehr unlieb. Wenn ich da permanent hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter so. Äh. Von daher werden wir jetzt mit magischen Steinen versuchen die hoch zu appen. Und äh. Ja. Hoffen wir mal. Dass es funktioniert. So. Ähm. Schlangenwams auf Plus 7. Jung. Drachengott. Du musst es noch nie so gönnen wie jetzt. Tu es bitte. Ah. Ich habe schon wieder keinen Stein eingebaut. Egal. Wir werden es versuchen. Ah. 3, 2, 1 und. Bitte Drachengott. Tu es. Fehl geschlagen. Ah. Da gehen ein paar Worn flöten. Komm schon. Aber der zweite Versuch. Bitte. Tu es Drachengott. Ich mag dich doch so sehr. 3, 2, 1 und. Ah. Ja gut Leute. So ist das halt. Da müssen wir definitiv dranbleiben. Zwei Versuche sind jetzt auch noch nicht so viel. Aber ich sehe schwarz, wenn ich da irgendwie 10 Versuche brauche oder so. Um das Ding Plus 7 zu bekommen. Ach ja. Was willst du machen? Kurzer Cut. So Leute. Am Ende der Folge natürlich noch die 10 Worn Challenge. Dafür habe ich wieder 45 Truhen vorbereitet. Natürlich wieder Drachenwäscher Truhen. Ich habe heute ein gutes Gefühl. Eben. Zixor die Nudel. Hat aus 8 Truhen 2 Flammen bekommen. Ich bin zuversichtlich. Wir kriegen auch eine Flamme hin. Und die 10 Worn Challenge machen wir auch noch nebenbei. Und fangen an. Ja. Mit 10 Kaka. So muss das, wa? Ähm. Machen weiter. 30. Okay. Das gefällt mir. 30. 40. Okay. 10. Ja. Ähm. 30er. Komm schon, Jungen. Ich will direkt am Anfang meine Flamme haben hier. Direkt am Anfang der Flamme. Ey. Wir haben aber viele 30er jetzt schon gehabt, ne? So. 10. 10. Na. Komm schon, Jungen. Mach jetzt nicht so. Okay. 40. 30. Okay. Nicht genügend Platz. Ich glaube es ja wohl. So. Es geht weiter mit 10 Kaka. Naja. 10 Kaka. Naja. 10 Kaka. Hallo. Aha. Man muss sich nur beschweren. Und dann fängt es schon wieder an mit 10 Kaka. Hallo. Okay. Äh. Das waren schon wieder 10. Kannst du mir mal bitte eine Flamme geben? Was soll denn das? Ich kriege hier gar nichts hier gerade. Komm. Wir tun die Flamme mal auf eine andere Position. 30. 10. Ey. Mach doch nicht so. Aha. 60. Okay. Ähm. Ja. Ich denke die 800 Kaka werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Aber ich will eine Flamme haben. Ich will den Rubin nochmal drehen. Warum kriege ich hier keine Flammen? So. Hier. Alles ist so unterlegt. Außer die Flammen. Ich will bitte eine Flamme haben. So. Wir haben nur zwei Truhen. Wenn ich wieder keine Flamme bekomme. Dann bin ich wirklich traurig. Dann bin ich wirklich traurig. Komm schon Junge. 30 Kaka nochmal. Wir können doch die 900 Kaka schaffen. Aber es wäre mir lieber. Wenn ich eine Flamme bekomme. Bitte. Drachengott. Mach jetzt nicht so. Ja. Keine Ahnung. Ey. Was soll man davon halten? Ich habe jetzt schon 90 Truhen aufgemacht. Bei den letzten beiden Openingen. Und keine Flamme bekommen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich glaube die wollen einfach nicht. Dass ich meinen Rubin nochmal drehen kann. Ach ja. Was willst du machen Leute? Ähm. Das war's für diese Folge. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie mit dem Ref Link zu Metin 2. Und mit meinem Amazon Gaming Equipment. Das war ja fast deutlich gesprochen. Ich bin raus. Bis dann. Grüße. Fossi. Bis zum nächsten Mal.